Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf einen kleinen Sieg der GameStock-Gemeinde und auf eine mögliche Enteignung der Impfstoff-Aktionäre. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Celebrity-Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Und in der Triple-E-Idee verdienen wir Geld mit heißer Luft. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 6. Mai. Die Börsen haben sich zur Wochenmitte vom Rückschlag wieder ganz gut erholt. Der DAX hat 2,1 Prozent zugelegt. Das war immerhin der stärkste Tagesanstieg seit dem 8. März. Und der DAX ist mit 15.171 Punkten aus dem Markt gegangen. Größter Verlierer war Delivery Hero mit minus 4 Prozent. Da hatten wir ja gestern schon vom Kassemachen von Altaktionären berichtet. Und zu den größten Gewinnern gehörte die Deutsche Post mit einem Plus von fast 5 Prozent. Und erstmals notierte die Aktie Gelb, wie sie früher so schön hieß, über 50 Euro. Und Postchef Appel hat sich eigentlich quasi an unser Drehbuch gehalten, das wir ja am Dienstag schon geschildert hatten. Hat nämlich die Gewinnerwartung für dieses Jahr auf über 6,7 Milliarden Euro angehoben von bisher 5,6 Milliarden. Und für 2023 hat das auf über 7 Milliarden angehoben. Auch darüber hatten wir ja schon gesprochen. Und der frei verfügbare Cashflow, also das Geld, was sie einfach raushauen können, wird in diesem Jahr bei 3 Milliarden Euro liegen. Und wenn man mal überlegt, dass es 1,2 Milliarden Postaktien gibt, dann könnte die Post theoretisch eine Dividende von 2,40 Euro ausschütten. Und wenn man mal guckt, wie sie bewertet ist, die Deutsche Post mit 63 Milliarden, ist sie immer noch billiger als der US-Konkurrent FedEx, der umgerechnet 68 Milliarden Euro wert ist. Ja, und dann hat die Anlegergemeinde noch einen kleinen Sieg bei GameStock feiern können. Da hat die Ratingagentur S&P die Bonitätsnote von B- auf B hochgestuft. Und Grund waren wirklich die zockenden Kleinanleger, die die Aktie nach oben getrieben hatten. Dadurch konnte GameStock für 550 Millionen Dollar neue Aktien verkaufen und damit Schulden in Höhe von 216 Millionen Dollar tilgen. Die Aktie notiert bei 160 Dollar. GameStock ist fast 12 Milliarden Dollar wert. Ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen für das Unternehmen, kann man sagen. Peloton verlor 14 Prozent nach einer Rückrufaktion für Laufbänder wegen Sicherheitsbedenken. Und dann müssen wir jetzt noch über Impfstoffaktien sprechen. Die sind nämlich gestern in die Tiefe gestürzt. Da hatte US-Präsident Joe Biden sich überraschend hinter einen Vorschlag von Schwellenländern wie Südafrika und Indien gestellt, den Patentschutz für Impfstoffe aufzuheben, damit auch ärmere Länder schneller impfen können. Der Vorschlag, der liegt jetzt bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO, und war bislang vom Westen und zwar inklusive der USA blockiert worden. Die Aktie von Biontech, die zwischenzeitlich noch 11 Prozent im Plus lag, fiel vorübergehend um 9 Prozent. Allerdings muss der Vorschlag wohl im Konsens in der WTO verabschiedet werden und das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig. Und so erholte sich die Aktie von Biontech bis zum Schluss wieder und ging drei Prozent schwächer aus dem Handel. Schlimmer war es für den Konkurrenten CureVac, wo ja auch der Staat, der deutsche Staat, beteiligt ist. Die ging nämlich sieben Prozent tiefer aus dem Markt und das Tübinger Unternehmen ist spät dran mit seinem Vakzin und da sahen wohl viele Experten noch einen riesigen Absatz in Schwellenländern. Wenn aber jetzt das Patent wirklich wegkäme, dann würde das Unternehmen natürlich nur einen Bruchteil dessen verdienen, was bisher erwartet worden war und daher erklärt sich das tiefe Minus. An der Wall Street war das gleiche Bild wie am Tag zuvor ein bisschen weniger krass. Der Dow Jones im Plus 0,3 Prozent und die Nähe ist der gleiche Minus 0,4 Prozent. Und heute gibt es einen wahren Zahlenmarathon. Evonik, Fresenius, Fresenius Medical, VW München, Rückhenkel, Conti, Linde, Uniper, Elringklinger, Shop Apotheke, Air France, Unicredit, Montedepaschi und Amerika, die News Corp. Und Zalando, die werden auch noch Zahlen richtig offiziell vorlegen am Abend. Und gestern hatten sie ja schon einen Ausblick angehoben und auch noch angekündigt, eigene Aktien zurückzukaufen. Der eine oder die andere hört uns ja jetzt gerade wahrscheinlich während seiner Morning-Routine zu, Holger. Und wir sind ja beide in einem Alter, in dem man schon das eine oder andere Hilfsmittelchen braucht, um die Augenringe nach einer langen Podcast-Nacht zumindest notdürftig zu überdecken. Und da gibt es jetzt was, das ist nicht nur fürs Gesicht, sondern auch fürs Depot. Jessica Albers Kosmetikfirma Honest ist gestern an die Börse gegangen. Wer Jessica Albers nicht kennt, das ist eine, naja, mittelbegabte Schauspielerin, die man so noch aus Sin City oder Fantastic Four kennen kann. Aber als Unternehmerin war sie in den letzten Jahren deutlich erfolgreicher. Honest verkauft sogenannte Clean-Beauty-Produkte, die ohne schädliche Stoffe auskommen sollen. Denn inspiriert wurde Alba dazu als junge Mutter, die nach gut verträglichen Baby-Produkten gesucht hat. Von Windeln bis zum Mascara für die Mutter gibt es da inzwischen fast alles. Und das Ganze natürlich auch noch klimaneutral und ethisch korrekt. Das bieten eigentlich auch viele andere Marken. Aber Honest verkauft sich vor allem über seine prominente Gründerin, nämlich Alba. Und die, das erfährt man zumindest im Börsenprospekt, heißt eigentlich Jessica Warren und hat allein auf Instagram 19 Millionen Follower. 19 Millionen Follower. Da bin ich mit meinen 5.300, sehe ich echt doof aus. Philipp, wie hast du? Ja, ich glaube keine 200. Also da wird es mit der Beauty-Lean-Needs. Auf jeden Fall hat sie 19 Millionen Follower und damit bewirbt sie natürlich ständig die Honest-Produkte. Und immerhin gut 300 Millionen Umsatz hat Honest damit 2020 gemacht. Aber Gewinn, Fehlanzeige, immer noch ein Verlust von 14,5 Millionen. Und die Anleger hat das aber nicht abgeschreckt. Ach, Gewinne, was ist das schon? Die Aktie ist direkt zum Start vom Ausgabepreis von 16 Dollar um 33 Prozent in die Höhe geschossen. Und hat sich sogar im Handelsverlauf noch verteuert. Und am Ende ist sie mit 23 Dollar ganze 44 Prozent über dem Ausgabepreis aus dem Handel gegangen. Und die Investoren sehen offenbar vor allem das Wachstumspotenzial. Im Prospekt heißt es, dass Honest erst zwei Prozent seines Umsatzes außerhalb Amerikas macht. Aber Jessica Alba, die hat natürlich auch viele Fans im Ausland. Ja, und daran kann man aber auch schon sehen, wie abhängig das Unternehmen von seiner Gründerin ist. Und das ist natürlich auch für jeden Anleger ein gewaltiges Risiko. Honest weist selbst an mehreren Stellen im Börsenprospekt darauf hin. Das heißt, wenn die Popularität unserer Gründerin Jessica Albers sozialer Netzwerke, ihrer Online- oder Offline-Präsenz zurückgeht, könnte unsere Fähigkeit, neue Kunden zu erreichen, negativ beeinflusst werden. Honest ist nicht das einzige Celebrity-Unternehmen, das solche, naja, wie soll man sagen, menschlichen Klumpenrisiken hat. Vor allem der Kardashian-Clan hat in den USA auch solche Promi-Marken aufgebaut und verkauft an seine Millionen Instagram-Fans, vor allem Kosmetik. Wer an Kim Kardashian und Kylie Jenner glaubt, kann allerdings nur indirekt in sie investieren, denn die beiden Trash-TV-Ikonen haben große Teile ihrer Unternehmen vor einiger Zeit an den Kosmetikkonzern Koti verkauft. Und zwar jeweils zu einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. Und Koti wiederum gehört mehrheitlich der JAB-Holding. Das gehört mit zur deutschen Unternehmerfamilie Reimann. Und die Anleger finden den Celebrity-Kurs von Koti tendenziell gut. Seit das Unternehmen vergangenen Juni bei Kim Kardashian eingestiegen ist, konnte sich der Kurs der Aktie von rund 4 Euro auf mehr als 8 Euro verdoppeln. Und Honest muss auch nicht der letzte Promi-IPO gewesen sein. Spekuliert wird zum Beispiel, dass auch Gwyneth Paltrow's Esobute Goop bald an die Börse gehen könnte. Und die durfte sie immerhin schon in einer eigenen Netflix-Serie bewerben. Und da gibt es so ganz interessante Produkte. Man kann sich das mal angucken. Und möglicherweise könnte auch Goop über so ein Speck an die Börse gehen. Aber fix ist da natürlich noch nichts. Ihr fragt immer wieder, wie man als Anleger aktiv den Klimaschutz befördern kann. Und wir hätten da heute mal eine Idee für euch. Warum nicht die Preise für CO2-Verschmutzungsrechte nach oben treiben und damit die Klimasünder zu einem geringeren Ausstoß von Treibhausgasen drängen oder vielleicht gar ganz vom Markt fegen? Und momentan geht der Preis für diese CO2-Emissionsrechte regelrecht durch die Decke. Die EU hat sich ja ambitioniertere Klimaziele gesetzt. Und um das zu erreichen, wurden diese CO2-Zertifikate sehr restriktiv an die Firmen ausgegeben. Und wer jetzt noch mehr CO2 in die Atmosphäre blasen will, der muss sich zusätzliche Verschmutzungsrechte kaufen. Börsenprofis wie Hedgefonds haben den Zeitenwechsel am CO2-Markt erkannt und zocken bei den Verschmutzungsrechten auch mit. Und ihr könnt mitmachen mit ganz normalen Anlagezertifikaten, die am CO2-Preis hängen. Wenn ihr die kauft, muss sich die Bank als Gegengeschäft eindecken und das treibt den Börsenpreis für CO2 zusätzlich nach oben. Die an der EEX gehandelten Emissionsrechte legen seit Ende Oktober von 23 Euro je Tonne auf 50 Euro je Tonne zu. Das ist ein Anstieg von immerhin 117 Prozent. Und das muss noch längst nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn wenn man mal an den Terminmarkt schaut, wetten die Profis sogar auf 60 Euro pro Tonne. Und manche Hedgefonds wie Ulf Eck vom Northlander Commodity Advisors Fund rechnen sogar mit 75 Euro bis zum Jahresende. Und die CO2-Zertifikate, die den Preis für Emissionsrechte nachbilden, gibt es beispielsweise von der französischen Bank Société Générale oder alternativ gibt es auch so einen Schein von der Investmentbank Morgan Stanley. Und mit den Zertifikaten verdient ihr dann auch an diesen steigenden Preisen. Es gibt nur einen Nachteil, weil diese Zertifikate, die können nicht direkt die Verschmutzungsrechte abbilden, sondern die können immer nur in die Terminmarktprodukte investieren. Und diese Terminmarktprodukte müssen alle drei Monate von einem Kontrakt in den nächsten überrollt werden. Und da ja aller Welt auf steigende Preise spekuliert, wird der neue Terminkontrakt immer teurer als der alte und dadurch entstehen Rollverluste und das schmälert wiederum die Rendite. Und es handelt sich natürlich in gewisser Weise um einen politischen Preis. Die Politik kann durch die Ausgabe neuer Verschmutzungsrechte auch einen Crash auslösen. Je höher die Preise steigen, desto mehr wächst der Druck auf Klimasünder und umso stärker suchen die Firmen eine politische Entlastung. Insofern ist die Wette auf die heiße Luft nicht ohne Risiko, aber zumindest bewegt ihr damit etwas. Impact Investing nennt man das. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an triple E, also aaa.w.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Michi hat uns geschrieben. Er wollte nochmal wissen, was es mit Zinsen und Tech auf sich hat. Naja, wir hatten euch ja gesagt, der Zins ist der Preis für die Zeit. Und wenn natürlich der Preis für die Zeit steigt, sind Gewinne, die in weiterer Zukunft sind, nicht mehr so viel wert. Also der Zeiteffekt schlägt stärker zu bei Unternehmen, wo die Gewinne weiter in der Zukunft liegen. Ja, und wer noch gar keinen Gewinn macht, der ist natürlich am stärksten betroffen. Aber da gehört ja Big Tech nun wirklich nicht mehr dazu. Die großen Tech-Firmen machen ja inzwischen echt heftige Gewinne. Aber die haben natürlich auch eine höhere Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und damit schaden denen auch höhere Zinsen. Wenn es euch wie Michi aus Augsburg geht und ihr eine Frage habt, dann meldet euch, wie gesagt, gerne. Ansonsten gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei DATE und überall, wo es Podcasts gibt. DATE 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 DATE